Hier hat man dann eine Außenbar, wo man abends sitzen kann, traumhaft schön, die Gartenanlage mit direktem Pool zu können. Und hier ist das Restaurant, wo man auch schön draußen sitzen kann, frühstücken und zu Abend essen kann man hier. Abendessen kostet 29 Dollar plus die Decks. Ist nicht so günstig, aber es gibt Fisch, Fleisch, Burger, Pizza, es gibt alles dann zum Buffet her. Und dann ist es, glaube ich, auch nicht zu teuer, wenn man dann mal hier zum Abendessen geht.